Der ist sehr interessant. Werner Rathmeier ist der Weltcup-Zweite. Momentan, er könnte hier, da die Punkte in Oberstdorf auch für den Gesamtweltcup zählen, den finnen Nierminnen überflügeln mit einem einigermaßen guten Resultat. Er braucht nur noch ein paar Pütschen. Er geht immer weiter. Hast du gesehen, wie er mit den Armen pendelte? Ja, es macht er immer. Und ich bin mir also nicht sicher, ob er überhaupt weiß, was er macht.